Die MUNK Group ist ein seit 120 Jahren Familien- und Inhaber geführtes Unternehmen. Unser Unternehmen besteht aus drei Geschäftsbereichen der MUNK-Günzburger Steigtechnik, der MUNK-Rettungstechnik und MUNK-Service. Die Nominierung zum Deutschen Arbeitsschutzpreis ist für uns eine Ehre und Honorierung unserer Arbeit, da wir mit unseren Produktinnovationen sehr viel Wert auf Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz legen. Und wir haben mit dem Desk-Server ein Produkt eingereicht, was sehr innovativ ist und vor allem uns Zugangsmöglichkeiten zu sehr schwierigen und komplexen Einrichtungen gibt. Die Ausgangssituation war, dass es in Büroräumen zur Deckenwartung von Heizkühlventilen und Lüftungsanlagen sehr schwierig war, dort mit herkömmlichen Steigtechnik-Lösungen oder Leitern die Arbeiten zu verrichten. Der Desk-Server ist ein modulares Bausystem, das heißt, er kann von einer Person werkzeuglos aufgebaut werden. Man hat einen sehr sicheren Arbeitsbereich, man steht auf einer Fläche von 600 x 630 mit zu Arbeitshöhen, maximale Arbeitshöhen bis zu 3,60 m, also doch ganz ordentlich. Man schwebt quasi über den fest installierten Schreibtischen, indem dass die Plattform über diesen Schreibtisch hineinragt. Der Desk-Server ist entsprechend ausgestattet mit einer Absturzsicherung, sodass hinten keiner runterfallen kann. Die Belege sind entsprechend geriffelt, sodass eine entsprechende Rutschhemmung auch garantiert ist und die Standfestigkeit ist einfach dadurch garantiert, dass wir entsprechende Ausleger haben, sodass auch wenn schwere Arbeiten dort verrichtet werden, die Standsicherheit jederzeit gewährleistet ist. Wir schaffen ein maximales Maß an Arbeitssicherheit, wir haben ein maximales Maß an Effizienz. Das ist genau das, was wir auch weiter treiben wollen mit unseren innovativen Produktideen. Investition in Arbeitssicherheit muss sich auszahlen in Effizienz und in Wirtschaftlichkeit. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind Grundbedürfnisse der Menschen und wir versuchen dies mit unseren Produktlösungen Tag für Tag wieder zu spiegeln, die Treue unserem Unternehmensversprechen Sicherheit made in Germany.